hallo werte ep freunde dies ist ein ganz kurzes video lediglich zur vorstellung eines features in künftigen modellen von mir für s und u-bahntunnel ein video ohne jeden schnickschnack ohne reklame für irgendwas ohne musik ohne titel ohne abspann ohne alles wie gesagt nur eine ganz kurze produktvorstellung und zwar geht es um diese gleis objekte für und s bahnhöfe und zwar hat mich zu diesem video ein beitrag im ep forum veranlasst wo ein user nach der möglichkeit fragt auch von außen in die u-bahntunnel hinein zu sehen und ich habe gerade dafür die möglichkeit in die modelle eingebaut über die achssteuerung von ep die außenseiten der tunnelwände ein und aus zu blenden das will ich hier mal ganz kurz demonstrieren man schaltet also um auf den bearbeiten modus von ep und kann dann in den eigenschaften des jeweiligen modells wenn es denn nicht gerade gesperrt ist entsperren dann kann man ja das modell anwählen mit dem mausklick und dann hier recht am ausklick objekteigenschaften und kommt dort zur achseinstellung zu dem entsprechenden dialog und sieht dort eine option für lot null außen dass damit ist also gemeint dass man die außenseiten der wände im modell ein und ausblenden kann sie sind jetzt ausgeblendet standardmäßig sind sie aber eingeblendet man sieht hier wenn man den schieber betätigt über die skalierungsfunktion wie aus dem nirvana die seitenwände außenwände des modells jeweils auftauchen das ist also wie gesagt die standardeinstellung wenn man das modell einsetzt und man kann dann optional die außenwände bei jedem einzelnen gleis objekt ein und ausblenden das ganze funktioniert natürlich zu jeder tages- und nachtzeit also wenn man hier umschaltet auf die nachtansicht in dieser art dann hat man die nachtansicht des modells sieht man auch bei den eingang zum s-bahnhof oder u-bahnhof je nachdem was man da betreibt welche material modelle man einsetzt und wenn man sich da etwas nach unten begibt jetzt will windows noch ein update machen ein danke jetzt nicht dann ist man irgendwann unter der platte unter allem was so sichtbar ist jetzt muss ich mal ein bisschen jonglieren mit den zoom einstellungen und dann ist man hier in der zwischenebene zum beispiel oder hier auch das ist also ein ein modell eines anderen konstrukteurs dl1 die sogenannten anbauläden das habe ich hier mal beispielhaft eingesetzt und dann ist man hier in der bahnsteigebene und kann sich da entsprechend fortbewegen sieht dann auch mal die beleuchtung und kann sich hier auch etwas umdrehen ist dann im bereich unter der treppe und sieht hier mal den bereich das ist ja hier wie gesagt nur eine testanlage die keineswegs fertig aufgebaut ist und wenn man dann wieder auf tageslicht also hier kann man auch darum geht es ja in diesem video hier kann man also auch die innen und außen wände getrennt sichtbar machen oder nicht vor allem die außenwände die kann man eben ausblenden und wenn man die wieder einblendet hier über objekteigenschaften dann sieht das wieder so aus wenn man da raus zoomt ist es also unterirdisch weitgehend dunkel bis auf eben den beleuchteten bahnsteigbereich und oben sieht man eigentlich auch nur den beleuchteten eingang zur u-bahn oder s-bahn station es sei denn man stellt dann oberirdisch entsprechende straßen leuchten auf hier auch in dem bereich den platz um den eingang herum und bei tageslicht sieht das ganze dann so aus wie jetzt gezeigt da hat man hier also die beiden eingänge zur u-bahn und s-bahn station auf jeder straßenseite einen eingang und dann kommt man in diese zwischenebene hier wo dann auch zum beispiel geschäfte sind wenn man da dann wieder rein zoomt dann sieht man wieder dieses geschäft hier unten zum beispiel und da kommt die treppe runter von der straße und hier geht die treppe runter zum bahnsteig und wenn man sich da nach unten begibt dann landet man auf dem bahnsteig jetzt nicht weiter ausgebaut nur in der anderen richtung sieht man dass also dieser bahnsteig auch in einer kurve aufgebaut werden kann dass sich dabei ums blind handelt wobei für die stationen bahnhöfe dann zunächst einmal nur gleis objekte vorgesehen sind für gerade verlaufende stationen und da muss ich noch sehen ob da noch splines kommen aber jedenfalls hier für die stationseingänge und für die norm für die normalen stationsteile sind also gerade gleis objekte erst mal vorgesehen und da sieht es eben so aus wie hier und wenn man innen drin ist in dem modell wenn man also nur die innenwände sieht und dann diesen ausblende vorgang hier vornimmt für die stationswände gucken wir mal hier nach rechts da sieht man auch hinten den spline und schalten hier noch mal auf tagesbetrieb um dann sieht man dass bei tagesbetrieb zum beispiel in den unteren ebenen hier auf der bahnsteig ebene und auch im zwischengeschoss in der verteilerebene die leuchtstoffröhren immer eingeschaltet sind und dass man hier auch die innenwände natürlich alle sieht und wenn man jetzt bei diesem gleis objekt bei dem teil hier das ist das gleis objekt was ich jetzt aktiv gewählt habe deshalb blinkt dieses teil hier dann kann ich da auf die modelle eigenschaften gehen und kann diese äußeren wände ausblenden man sieht jetzt wie die hier kurz erscheinen bevor sie dann verschwinden und von außen dann geht hier das ist jetzt ep typisch durch die benutzung dieses achs dialoges wird hier kurz auch bei tag die beleuchtung aktiviert dann schaltet einmal schaltet man einmal kurz um auf den nachtmodus und dann gleich wieder zurück auf tagesmodus dann geht diese beleuchtungsfunktion von ep wird dann wieder deaktiviert so soll es also auch in den unteren ebenen bei tageslicht durchaus vernünftig beleuchtet aussehen und dann sieht man jetzt hier innen drinnen immer noch alle wände aber wenn man raus zoomt dann kann man von außen eben auch nach innen gucken während man das bei den splines nicht kann weil man wohl jedenfalls nach meinem bisherigen kenntnisstand bei splines diesen achs dialog nicht zur verfügung hat und da nichts ein und ausblenden kann deshalb müssten also auch für kurven oder gleisbögen extra gleis objekte gebaut werden mit einem festgelegten radius das ist also nicht so ganz praktisch und sinnvoll da muss ich sehen ob es da noch möglichkeiten gibt ansonsten wird es diese gleis objekte eben erst mal nur für gerade strecken teile geben gut es ging hier aber um diese demonstration des ein und ausblenden bei verschiedenen tages und nachtzeiten und so kann man dann zumindest in den einzelnen gleis objekten sich jeweils eine möglichkeit verschaffen auch mal von außen betrachtet sozusagen als maulwurf unter der erde da wo normaler mensch ja so gar nicht hinkommt es sei denn er gräbt sich irgendwo unterrisch ein und bohrt sich dann einen sichttunnel richtung u-bahnhof kann man ja so von außen gar nicht hinein sehen aber bei ep ist eben auch das möglich ja und das wollte ich mit diesem video hier kurz demonstriert haben es folgt jetzt auch kein abspann und keine musik und nichts und gar nichts das war's in aller kürze vielen dank fürs anschauen dieses videos und dann bis irgendwann in der mehr oder weniger fernen zukunft und wie üblich viel spaß mit ep und mit meinen modellen vor allen dingen auch damit so wo beende ich jetzt die aufnahme hier aufnahme beenden so und tschüss